Hey, herzlich willkommen zurück zu... Am liebsten esse ich den Müll von Müller, denn der Müll von Müller ist ein super Knüller und ein Müller Müll ist nicht... Jetzt verhaspel ich mich auch schon! Du bist ansteckend! Hi. Hi. Ich glaube, das machen wir aber jetzt immer. Einfach anmachen Hi. Hi. Hi, was geht? Hey, yo! Wow! Waaah! Alter! Er ist teilweise echt übertrieben, wie viel die einstecken können. Ah, jetzt müsste das hier eigentlich funktionieren. Sterilisationssequenz wird eingeleitet. Hey, sieht aus, als stecken wir hier fest. Sehen Sie doch, es funktioniert! Ja... Das Ding ist luftdicht, oder? Äh... Ja? Oh, scheiße! Ich muss an die Masken! An die Masken! Los, sehen wir uns das mal an! Aha! Sie gehen vor! Feichling! Ja! Feichling! Feichling! Oh, das sieht nicht gut aus! Sieht nicht gut aus! Die Anweisungen waren durch den zweiten DNA-Sprang die Anomalie verfälscht! Heute fanden wir ein neues, makelloses und intaktes... Hast du Action, oder? Ja, ein wenig! ... ... ... ... ... ... Bleibt doll da. Oh mein Gott! Schuh hat sich auch gedacht, du verarschst mich. Du kleiner Lüdel verarschst mich. Schön den Koffer abgerissen. Alter Schwede. Ich kann mir jetzt denken, warum die Alien-Maschine unseren Codex nicht annehmen wollte. Die Anweisungen waren durch den zweiten DNA-Strand zu kommen. Heute finden wir ein neues, makelloses und empfangen. Seine DNA ist unverfälscht und ich hoffe, dass sie ein langes Ende durchfällt. Ich weiß, was du meinst. Okay, ich weiß, was du meinst. Geh weg, Mann! Geh weg, Mann! Geh weg, Mann! Geh weg! Geh weg, Mann! Ja, die sind es! Geh weg! Das ist doch kein Ding. Geh weg! Geh weg! Geh weg! So gefällt mir das viel. Du hast gesehen, während Stase waren, waren nur die Tentakel eingefroren, deswegen... Ja, richtig. ...dass ich mir schon, müssen wir nur da drauf schießen, weil am Anfang habe ich auf die dicke Kugel... ...auf das Ding da, ne, da habe ich immer drauf gehalten. Äh... So, wohin damit? Äh... Äh... Hm. Alter. Äh... Ihr habt was gehört? Ja, der ist hier bei mir. Alter, Vater. Ah, hier muss das rein. Boah, hier geht's ab! Alter! Der reißt mir den Kopf ab! Der reißt mir den Kopf ab! Der reißt mir den Kopf ab! Oh, komm mal schnell! Jetzt so ein Affe, der macht ein bisschen Probleme, aber direkt hinter dir ist einer. Alter, Alter, Alter! Äh, ich hab doch geklickt, Alter, ich hab doch geklickt, ich hab doch geklickt! Äh, das Spiel sagt was anderes! Alter! Da! Da 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 da! Ey! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Da! 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 Äh... 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 Oh... So, jetzt ist die Frage, wo muss das hin? Ich hab's schon gesehen, du mir nur die Viecher vom Leib. Links neben mir. Oh... Okay... Alter, wo kommt er denn her? Ja... Aussturmhausen, bitte sehr. Ey, das hört gar nicht mehr auf. Alter... Bastelkranke Scheiße. Ich will's nicht schaffen. Ah, toll. Oh, fuck. Äh... Ich bin... Ich hock hier und es wird langsam schwarz. Ich seh ein Licht. Das Licht ist weg. So. Ich habe doch ein Stück von Rosetta gefunden und schicke es dir jetzt. Welches Stück ist es? Was soll ich das wissen? Es ist schwierig zu sagen vom Querschnitt her, aber es ist nichts, was ich wiedererkenne. Okay, ich bereite es vor, sobald es hier ist. Machst du mich fertig? Welches Stück? Scheuerte. Was soll ich das wissen? Hm. War richtig. Okay. Waren wir da nicht schon? Nee. Okay. Auf geht's. Was ist hier los? Scheiße, jetzt habe ich vergessen den Bot da unten abzustellen. Da war doch wieder so ein Piepsding in dem Raum. Ja, mag sein. Was... Was... Was das? Geh du mal vor. Alter! Boah, wie... wie fix... Alter, hinter uns sind welche. Alter Schwede. Kranke Scheiße. Tess? 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 Hallo Isaac, ich weiß, Sie sind da draußen und kriegen irgendwo rum. Sie halten mich wahrscheinlich wie einen überheifigen Kreuzritter, der stuft den Launen eines zornigen Gottes folgt Die Schlussfolgerung liegt nahe und ich verteufle Sie dafür nicht Aber es überrascht Sie vielleicht, dass ich ein Mann der Wissenschaften bin, der Fakten und Vernunft Von Ursache und Wirkung Und bald schon werden Sie verstehen, dass ich Recht habe mit allem Du bist ein alter Psycho Da knall ich genauso eine Kugel in den Kopf wie den Ex von Alli Da haben wir Explosionsmodule, hast du gesehen? Aha Ich brauche eine Werkbank Was ist hier los? Oh mein Gott, er versucht mir wieder den Kopf abzureißen Oh, oh, oh Oh mein Gott Hau Alter, scheiße, wie viele sind denn hier? Alter, wo kommen die alle her? Alter, scheiße, ey Aha Warte mal, ist hier oben noch was Da hinten ist noch irgendwas Da leuchtet was Okay Oh, er fährt wieder vor Oh mein Gott Hoffentlich verreckst du da unten jetzt, ey Was für ein Maul Selber das Maul Alter Da drin ist es Oh, jetzt nochmal Hä? Diverse Artefakte zur genaueren Inspektion hierher zu bringen Wenn es das ist, was ich denke Könnte das alles verhindern Hä? Hä? Das geht nicht Ach, jetzt Hä? 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 Wo wusstest du denn hin? Ja Okay, Ali Es ist noch eins unterwegs Isaac, diese Stücke Ist du sicher, dass das wo es älter ist? Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden Weiter jetzt Na toll, wenn die schon so fragt Ja Habe ich schon keinen Bock, mal die anderen Teile zusammenzusetzen Ich drücke mal auf den Knöp hier Ich drücke auf den Knöp hier Hä? Wir müssen mit mir aufzufahren Da sind wir doch rausgekommen, oder nicht? Ja Okay Äh, wieder runter? Oder dahinten durch die Tür Ich fahre an der Tür Ah, das sieht so aus Ah, toll Hier müssen wir rein Alltag Ein kleines Quiz, Isaac Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken Fakt Der Originalmarker Der auf der Erde gefundene schwarze Marker Datiert den Aufstieg der Menschheit voraus Verstehen Sie? Fakt Der Marker strahlt ein Feld aus Das biologische Organismen wachsen lässt Und sie mit der Zeit zu einem größeren Zweck Weiterentwickelt Sehen Sie, wohin das führt? Ich hab keine Ahnung, wohin das führt Ich kann nicht an die Bank Ich auch nicht Verdammt Wow, Alter Jetzt hab ich mich erschrocken Alter Boah Was ist das? Was ist das? Okay, es macht Aua Alter Was ist das? Glansch, du Das war Schon geil Mein kleines Quiz, Isaac Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken Fakt Der Originalmarker Der auf der Erde gefundene schwarze Marker Datiert den Aufstieg der Menschheit voraus Verstehen Sie? Fakt Der Marker strahlt ein Feld aus Das biologische Organismen wachsen lässt Und sie mit der Zeit zu einem größeren Zweck weiterentwickelt Danke Sehen Sie Bist du ein Idiot Okay, jetzt mach das Ding wieder aus Falls das geht Nein Was das? Oh, kranker Scheiß Ich hab doch keine Ahnung, was wir da machen müssen Ich glaub, wir müssen um die Flammen einfach herumlaufen Mein kleines Quiz, Isaac Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken Fakt Der Originalmarker Der auf der Erde gefundene schwarze Marker Datiert den Aufstieg der Menschheit voraus Verstehen Sie? Fakt Der Marker strahlt ein Feld aus Das biologische Organismen wachsen lässt Und sie mit der Zeit zu einem größeren Zweck weiterentwickelt Sehen Sie, wohin das führt? Ja, war das schon besser Oh ja Oh, das war so geil Was, der ist tot? Partner ist gestorben Ach, guck mal Hier ist noch eine Kiste So, und während wir hier wieder Scheiße im Äh In der Bank machen Würde ich sagen Sehen wir uns im nächsten Part wieder Und dann Hauen wir alles weg Was hier so rumrennt Oh, auf jeden Fall Na, wie gerade Würde ich sagen Bis morgen 18 Uhr Macht's gut, ciao Boah Ja